In diesem Video erfahrt ihr, was ihr bei einer Cortison-Therapie tun könnt, um Nebenwirkungen zu reduzieren und die Verträglichkeit der Tabletten dann zu verbessern. Hallo, ich bin Antje Behrendt und arbeite als Apothekerin und Ernährungsberaterin in der Medios Apothek und in diesem Video gebe ich euch ein paar Tipps, die euch bei einer Langzeittherapie mit Cortison helfen können. Cortison oder genauer gesagt eigentlich die Corticoide gibt es ja in ganz unterschiedlichen Darreichungsformen. Neben den üblichen Tabletten gibt es ja auch Cremes, Salben, Zäpfchen, Augentropfen, Augensalben, Spritzen, Inhalationssprays und Nasensprays. Richtig relevant sind die Nebenwirkungen eigentlich nur bei der Langzeiteinnahme der Tabletten. Die anderen Anwendungen wirken hauptsächlich lokal, sodass hier mit den im Video genannten Reaktionen eher nicht zu rechnen ist. Außerdem werden sie ja oft nur für einen begrenzten Zeitraum angewendet und sind dann in der Regel sehr gut verträglich. Das Video richtet sich deshalb vor allem an Menschen, die Corticoide wirklich über einen längeren Zeitraum einnehmen müssen, also länger als vier Wochen. Hier sollte dann beachtet werden, dass Corticoide den Stoffwechsel verschiedener Vitamine und Mineralstoffe verändern und der Bedarf an diesen Mikronährstoffen dadurch erhöht ist. Das betrifft vor allem die Vitamine C und D und auch die Mineralstoffe Calcium, Magnesium und Zink. Eine der wichtigsten Nebenwirkungen von Corticoiden bei einer Langzeittherapie wirklich über mehrere Monate betrifft die Knochendichte. Bei einer Langzeittherapie entwickeln bis zu 50 Prozent der Patienten eine Osteoporose, weil Corticoide einen Mangel an wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen für den Knochenstoffwechsel verursachen können. Durch Corticoide wird nämlich die Calciumaufnahme über den Darm reduziert und vermehrt Calcium über den Nieren ausgeschieden und dadurch wird dann der Knochenaufbau gehemmt und der Knochenabbau gefördert. Um den Knochenstoffwechsel dann während einer Corticoidtherapie positiv zu beeinflussen, ist es deshalb zum einen ganz wichtig, insgesamt mehr Calcium zur Verfügung zu stellen als normalerweise, weil der Bedarf einfach extrem erhöht ist während der Therapie. Und zusätzlich, um das Calcium dann auch gut verwerten zu können und in den Knochen einbauen zu können, auch genügend der anderen Nährstoffe, die die Aufnahme von Calcium fördern und den Einbau in die Knochen dann unterstützen, aufzunehmen. Und dazu gehören Vitamin D3, Vitamin K2, Magnesium und Zink. Vitamin D fördert die Aufnahme von Calcium aus dem Darm. Vitamin K2 fördert dann die Aufnahme von Calcium in die Knochen. Und Magnesium und Zink werden während einer Corticoideinnahme auch vermehrt ausgeschieden, sodass sich generell schon mal der Bedarf auch für andere Stoffwechselvorgänge erhöht. Und sie sind eben neben diesen anderen Stoffwechselvorgängen auch, haben sie auch einen ganz großen Einfluss am Knochenstoffwechsel und spielen da eine große Rolle. Zink aktiviert zum Beispiel die sogenannten Osteoblasten, das sind Zellen, die für den Knochenaufbau verantwortlich sind und damit beeinflusst Zink die Knochenmineralisation positiv. Magnesium auch, also ist zum einen Baustein der Knochen neben Calcium, Zink und auch anderen Mineralien. Und dann kommt noch dazu, dass Magnesium Vitamin D auch aktiviert und dadurch die Calciumaufnahme aus der Nahrung im Darm fördert. Corticoide erhöhen auch den Bedarf an Vitamin C, weil sie zum einen die Ausscheidung beschleunigen und zum anderen die aktive Form des Vitamin Cs in eine weniger aktive Form umwandeln. Und Vitamin C hat ja ganz viele wichtige Funktionen im Körper und ist eben auch für die Knochen ganz wichtig, weil es benötigt wird für festigende Bausteine im Kollagen, also im Knochen- und Bindegewebe. Und wenn zu wenig Vitamin C vorhanden ist, bildet sich deshalb schwächeres und brüchigeres Bindegewebe. In Bezug auf die Osteoporoseprävention ist auch Bohren noch ganz wichtig, weil es zum einen die Ausscheidung von Magnesium und Calcium über den Urin reduziert, aber auch die Calciumaufnahme erhöht und auch an der Bildung des Hormons Östradiol beteiligt ist. Und das hat eine knochenschützende Wirkung. Ganz wichtig ist aber auch, dass neben der therapiebegleitenden Einnahme von diesen wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen auch regelmäßige Bewegung in den Alltag integriert wird, weil es einfach durch ganz viele Studien belegt ist, dass der Knochenaufbau dadurch dann angeregt wird. Besonders vorteilhaft sind dann hier Aktivitäten mit relativ hoher Belastung, also zum Beispiel Joggen, Springen oder Seilhüpfen. Und eine andere Nebenwirkung von Corticoiden ist die Unterdrückung des Immunsystems. Und in manchen Fällen ist das ja auch so gewünscht während der Therapie, aber in vielen Fällen ist es einfach nur eine unerwünschte Nebenwirkung. Und zum einen sind die schon genannten Vitamine sehr wichtig fürs Immunsystem, vor allem Vitamin D und Zink und auch Vitamin C. Aber auch Selen, sekundäre Pflanzenstoffe spielen hier eine ganz große Rolle, zum Beispiel Ingwer und Kurkuma oder Zwiebeln und Knoblauch, aber auch Brokkoli und andere Kohlsorten, frische Kräuter und Gewürze und auch Beeren haben einen ganz hohen Gehalt an bestimmten sekundären Pflanzenstoffen, die sich positiv auf das Immunsystem auswirken. Und deshalb ist es sinnvoll, diese Lebensmittel am besten täglich oder zumindest sehr häufig zu essen, damit das Immunsystem eben nicht so sehr leidet unter der Therapie. Und auch die Darmgesundheit ist ganz wichtig fürs Immunsystem. Deshalb schaut euch auch gerne nochmal unser anderes Video an zum Thema Darmgesundheit. Das ist unten im Text verlinkt. Viele Patienten klagen auch über Heißhungerattacken und auch eine Gewichtszunahme unter einer Corticoid-Therapie. Und man muss dazu wissen, es handelt sich ja um Hormone, die wir besonders morgens und selbst ausschütten in größeren Mengen produzieren. Und damit unser Körper einfach wach wird und sich auf die Herausforderungen des Alltags vorbereitet. Deshalb solltet ihr die Tabletten möglichst immer früh morgens nehmen, um die Verträglichkeit zu verbessern. Und besonders in Stresssituationen schütten wir auch selber das Hormon vermehrt aus. Für unsere ganz frühen Vorfahren war das auch sehr sinnvoll, weil die ja in Stresssituationen meistens vor einem Feind standen und dann ganz schnell reagieren oder wegrennen mussten. Und deshalb sorgt Cortison dafür, dass der Blutzuckerspiegel ansteigt, damit ganz viel schnell verfügbare Energie für die Muskeln zur Verfügung steht. Wenn man jetzt aber die Muskeln gar nicht benutzt, weil wir ja gar keine echte Stresssituation haben und gar nicht wegrennen müssen, dann öffnen sich die Muskelzellen auch gar nicht und können eben diesen Zucker aus dem Blut gar nicht aufnehmen. Immer geöffnet sind aber die Fettzellen und auch die Leber und die nehmen dann gerne diesen Zucker auf und speichern die Energie dann in Form von Fett für die nächste vermeintliche Hungersnot. Da die ja aber gar nicht kommt, wachsen dann die Fettdepots immer mehr. Es sei denn, man sorgt dafür, dass der Blutzuckerspiegel durch Mahlzeiten schon mal gar nicht so stark ansteigt und zum anderen auch die Muskelzellen für die Energie aus dem Zucker dann geöffnet werden. Also wäre eine wichtige Maßnahme, Zucker und einfache Kohlenhydrate wie Brotnudeln, Reis, Kartoffeln, Nudeln dann aus der Nahrung zu reduzieren und eher Low-Carb-Mahlzeiten zu bevorzugen mit einem hohen Ballaststoff und Proteinanteil und dazu dann gesunden Fetten wie zum Beispiel Nüsse und Samen, Avocado, Fisch oder Leinöl. Und die zweite wichtige Maßnahme ist es dann, die Muskeln täglich auch zu benutzen. Vor allem Krafttraining ist hier sehr effektiv, um mehr Zucker in die Muskelzellen zu befördern, aber auch Ausdauertraining wirkt sich sehr positiv aus. Wichtig ist vor allem, dass man es macht und auch, dass man es regelmäßig macht. Am besten wäre natürlich gerade bei Zeitmanöme, wenn man dann auch schafft, mehr Bewegung in den Alltag einzubauen, also zum Beispiel den Arbeitsweg dafür nutzt oder beim Telefonieren aufsteht und hin und her läuft oder die Treppen nutzt statt den Fahrstuhl oder in der Mittagspause mal einen schnelleren Spaziergang macht. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten im Alltag, die auch gar keine extra Zeit kosten. Und wenn man sehr wenig Zeit hat, bieten sich auch Apps an, die ganz kurze Bewegungsprogramme anleiten, die dann wirklich nur so fünf bis zehn Minuten dauern, aber auch sehr effektiv sind. Je häufiger wir die Muskeln ansprechen, desto besser. Wenn man es schafft, dass der Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigt, dann treten dadurch auch weniger Heißhungerattacken auf. Und auch zu den Heißhungerattacken haben wir noch ein separates Video mit ganz vielen Tipps dazu, die ihr dann nutzen könnt, wenn ihr Cortison eben über einen längeren Zeitraum einnehmt und auch das Video ist unten im Text verlinkt. Manche klagen auch über Schlafstörungen. Dazu ist es ganz wichtig, dass das Cortison wirklich gleich früh morgens genommen wird, wenn wir normalerweise eben auch Cortison ausschütten. Und es ist viel besser verträglich, kann besser abgebaut werden. Abends und nachts ist dann normalerweise der Cortisolspiegel sehr niedrig und dafür der Melatoninspiegel sehr hoch. Also unser Schlafhormon ist dann sehr aktiv und fördert einen guten Schlaf. Wenn es also möglich ist, das Medikament morgens zu nehmen, dann reicht das oft schon aus, um diese Nebenwirkungen zu verhindern. Wenn es aber trotzdem zu Schlafstörungen kommt, dann hilft es in der Regel, Melatonin bestmöglich zu unterstützen. Und die Bildung von Melatonin wird gefördert, wenn wir abends keinem blauen Licht mehr ausgesetzt sind. Das heißt, das kann man reduzieren, indem man abends entweder gar kein Handy mehr nutzt oder Tablet, Computer und andere Bildschirme. Oder eben die Einstellung so ändert, dass dann das blaue Licht rausgefiltert wird. Das können ja die neueren Geräte sehr gut. Oder es gibt auch spezielle Brillen, die man dafür aufsetzen kann, um die Augen abends eben vor diesem blauen Licht zu schützen. Außerdem hilft es, wenn man tagsüber dafür sorgt, möglichst viel Tageslicht abzubekommen, also das blaue Licht eigentlich. Und mittags vielleicht mal rausgeht und auch Tageslichtland im Büro können hier gut helfen. Und ausreichend Bewegung am Tag hilft auch. Wer empfindlich auf Koffein reagiert, der sollte auch versuchen, nur bis mittags koffeinhaltige Getränke zu trinken oder sogar ganz auf koffeinfreien Kaffee und andere Getränke umzusteigen. Das kann am Anfang so ein bisschen so einen Entzugskopfschmerz verursachen, aber der geht dann nach und nach ganz schnell weg. Dann helfen noch Routinen am Abend, wie zum Beispiel ein Buch lesen, bei eher gelbem, warmen Licht oder einen Abendspaziergang machen oder einen Schlaftee trinken. Und es gibt auch aus der Naturheilkunde ganz viele gute Möglichkeiten, den Schlaf zu fördern. Zum Beispiel mit Hilfe von Passionsblume, Baldrian, Ashwagandha, Lavendel, Hopfen, CBD und auch Melatonin kann ja unterstützend eingenommen werden. Lasst euch dazu am besten in der Apotheke beraten, um dann im Gespräch herauszufinden, welche dieser Optionen für euch am besten geeignet ist. Das waren jetzt die wichtigsten Tipps. Ich hoffe, sie helfen euch weiter, wenn ihr Cortison einnehmen müsst. Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch natürlich gerne bei uns in der Apotheke oder schreibt uns einen Kommentar unter dem Video. und schaut auch gerne in die verlinkten Videos, weil die eben auch sehr hilfreich für euch sein können.